Augengeringe Behandlung sehr häufig bei jungen Frauen. Hier sieht man einen kurzen Vorschau und jetzt vielleicht die Behandlung selber. Man sieht hier, wie wir die Hyaluronsäure in der richtigen Schicht und in der richtigen Menge hier einführen. Das bedeutet, sehr viel Einfühlungsvermögen braucht man dafür, damit man halt hier den Schwellkörper nicht verletzt, den Tränensack nicht verletzt, geschweige denn von den ganzen Gefäßen. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn man diese Behandlung sehr häufig durchführt. Ansonsten kann es hier zu erheblichen Komplikationen kommen. Davor warnen wir, deswegen wird die Behandlung auch nicht bei uns nur durch Fachärzte für plastische, ästhetische Chirurgie durchgeführt, sondern alle diese Ärzte haben mindestens 15 Jahre Erfahrung und gehören zu der Gruppe der Professoren und Privatdozenten, ich inklusive. Und diese Behandlung kann dann in dieser Art so häufig auch komplikationslos durchgeführt werden, wenn man es halt richtig durchmacht. So, die Patientin freut sich. Ich hoffe, ihr auch.